Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Es hat sehr lange gedauert, dass ich mal wieder ein Video hochgeladen habe. Sorry schon mal dafür, aber ich war im Urlaub und in Fortnite ist nichts richtiges passiert. Aber Leute, look at this. Kapitel 2, Season 1. Es gibt jetzt Fortnite Kapitel 2, werdet ihr wahrscheinlich schon bei sämtlichen anderen YouTubern gesehen haben. Aber ich würde sagen, wir jumpen erstmal in eine gechillte Runde Solo. Also Leute, was neu ist, ist zum Beispiel dieser Balken hier unten, den ihr hier seht, den lilanen. Die HP Anzeige ist jetzt im linken unteren Bildschirmrand. Und ja, oben links sieht man neben meinem Namen eine 4. Das bedeutet, ich bin Level 4 im gesamten Level. Und ja, oben rechts die Karte ist auf jeden Fall neu. Finde ich geil. Aber wir gehen erstmal Salty Malty. Das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Aber Leute, das ist einfach... Guck dir stehen an. Guck dir stehen an. Und ab in die nächste Runde. So Leute, da sind wir schon in der nächsten Runde angekommen. Und ja, hab ich gesagt, dass ich zu schlecht bin für Solo. Ja, hab ich gesagt. Und deswegen spielen wir jetzt grob keine Runde. Ha! Gai! Diesmal ist er bei meinem Haus. Und wir machen uns auf den Weg. No way! Lami! Lami! Lalalalalalami! Halio! Komm, lass uns unseren Nacken knacken. Oh! Easy! Aber leider muss ich dich jetzt kaputt machen. Ist sowieso weh! Äh! 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 Hat nicht hingeguckt. Ich hab nicht hingeguckt. Was ist das? Ist das eine Maschinenpistole? Uiuiui! Die nehme ich gleich mal mit. Das bringt mir Glück. Nicht. Oh, die ist eine Kiste. Unter der. Berte, wo ist diese Kiste? Ach, da! Oh. Äh. Das hat keiner gesehen. Ey! Der macht Auge. Hilfe! Der, der Türk macht Auge. Hä? Er wurde getötet. Lass mich raus! Er wurde getötet. Warum? Warum? Egal. Ich fahr jetzt mit meinem Boot. Ich könnte mir gar nichts. Was? Er ist gleich weit geworden. Also Geil. Huh! Fuck! Fuck! Oh! Da war einer drin! er hat mir meine blaue sturm gewählt da ist ich bin so schlecht sondern ich hätte jetzt ganz gechillt in meinem schneidersitz und jetzt werden die gegner alle rasiert habe ich gehört kommt hier wir rasieren jetzt mit einer sack also apparat funktioniert es war mit ein bisschen Oha! Nein! Schwimm! Schwimm, 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 schwimm! Oh! Oh! Nein! Ja! Ja! Ha! Majke! Zack! michael und ja das ist sehr kurz wie mäßig weil dieser typischer wir haben hier deswegen ich bin aber zu schlecht aber ich habe ein paar kiel sind da bis bin ich bin heute sind die job das ist meine ich brauche so gut mein Lüter nein alter kriegt ein headshot und noch ein headshot die slack gerade und leckte so ist aber nicht gut wo sind da eigentlich meine teammates das frage ich mich gerade warum machst du das wieso leck das so ich möchte einmal diesen typen so leute das war's mit dem heutigen video ich hoffe es hat euch gefallen dass man gerne einen daumen nach oben da abonniert mich das video mit euren freunden und tschau